...drein... ...drein... ...brenn... ...drein... 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 Ah, guten Morgen, Sir! Danke, Gottswerf! Natürlich, Sir! ...wann, if you could get rid of them forever... ...wann, if you could get rid of them... Ssss... ...ssss... ...sss... ...no. Ah, das klingt nach einem stinker... ...ich sehe mal nach dem kleinen Schorn. Ich hatte ja am Anfang meine Zweifel, aber Cotsworth kommt wirklich super mit Sean zurecht. Noch etwas Feuer mit dem Trinken anzufangen. Schatz? Ich glaub's nicht, dass schon fast Halloween ist. Wir müssen Sean's Kostüm fertig machen. Genießen Sie Ihren Kaffee, Sir. Hey, Cotsworth. Ich putze den Boden nachher. Kannst du aufmachen? Guten Morgen, ich komme von Vault-Tec. Das macht es unseren mechanisierten Headcats umso leichter, die dreckigen...